Liebe Zuschauer, Sie haben es bestimmt auch schon gemerkt, die Vielzahl an Münzen und vor allem Produkten in der Edelmetallwelt hat in den letzten Jahren aufgrund der riesigen Nachfrage enorm zugenommen. Und wir möchten Ihnen mit diesem Video den Ratgeber an die Hand geben, von welchen Münzen bzw. Produkten wir abraten, damit sie nicht die teuersten Einsteiger und auch fortgeschrittenen Fehler machen. Bleiben Sie unbedingt bis zum Ende dran, denn jeder Tipp kann bares Geld kosten. Tipp 1, ganz wichtig, Finger weg von Teleshopping-Münzen. Sie haben bestimmt schon mal die Tausendstel, die Fünfhundertstel oder auch die Zehntausendstel Unse Gold gesehen. Miniaturmünze, die dann in der großen Zoom-Aufnahme gigantisch wirkt, eine tolle Prägung hat, aber wenn man die Münze in den Händen hält, dann sieht man sie kaum und atmet sie fast weg. Die Enttäuschung ist sehr groß, natürlich spricht es aus Liebhabersicht nichts dagegen, nichtsdestotrotz möchte ich sagen, eine Anlagemünze ist deutlich was anderes. Das heißt, Sie müssen auf jeden Fall in diesem Fall den Schmelzpreis als Grundlage sehen, damit Sie auch den reellen Wert dieser Münze kennen. Der zweite, aber genauso wichtige Tipp in meinen Augen ist, dass Sie Abstand von Abo-Münzen nehmen. Abo-Münzen berechnen sich immer so, dass die erste Münze besonders günstig oder besonders beliebt ist und sie entsprechend rar ist. Die weiteren Münzen werden dann mit einem höheren Preis belegt, wodurch das Abo im Schnitt teurer ist, als wenn Sie die Münzen einzeln gekauft haben. Man wird oft damit gelockt, dass man die Münzen 14 Tage zurückschicken kann, man bekommt sie zur Ansicht meiner Meinung nach kein oder ein wenig seriöses Geschäftsmodell. Kaufen Sie die Münzen lieber entsprechend zu einem fairen und günstigen Marktpreis und analysieren Sie vorher das Preisgefüge. Meistens kommt man damit besser raus, dann stellen Sie sich vor, jede einzelne Münze muss ja auch versendet werden. Das bedeutet, jedes Mal kommen nochmal Versandkosten drauf, wenn man das Ganze auf einmal gebündelt kauft oder entsprechend wartet, bis alles Erhältliches macht, durchaus mehr Sinn. Der dritte aber genauso wichtige Punkt ist, Abstand von Produktsegmenten zu nehmen, die immer uninteressanter werden. Hier spreche ich jetzt von Euro-Gedenkmünzen. Ich weiß, viele wird das jetzt ins Herz treffen, was ich hier sage, aber es ist nun mal meistens nur noch Liebhaberei. Es gibt einige wenige Stücke, die sich besonders exorbitant im Wert entwickelt haben, aber die große Masse der Euro-Münzen einfach aufgrund dessen, weil die Vielfalt über die Jahre so groß wurde, hat ein Sammelgebiet von Menschen, die in einem höheren Alter sind, wo einfach wenig Zielgruppe nachkommt. Also die jüngere Generation ist, wenn sie noch für Münzen und für Gold und für Silber zu begeistern ist, dann eher auf klassischem Anlage oder auf einem klassischen Anlagesegment zu begeistern oder eben in der modernen Numismatik in speziell limitierten Münzen, die dann auch moderne Motivaufsicht tragen. Wo wir auch schon beim nächsten Punkt, beim vierten Punkt wären, dann Vorsicht vor historischen Münzen bzw. Münzen mit einem extremen sammlerkundigen Wert, denn oftmals gehört eben dazu, dass man die Geschichte kennt und sollten Sie die Geschichte nicht kennen, ist es halt schon mal ein Risiko, denn Sie wissen nicht, ob die Münze wirklich so begehrt ist. Bei historischen Münzen gehört eben auch dazu, dass man es viel schwerer hat, Fälschungen rauszukristallisieren, denn eine historische Münze hat weniger Experten im Markt, die Ihnen sagen können, ob es sich um eine echte oder um eine falsche Münze handelt und Sie müssen auch ein sehr großes Vertrauen zu dem entsprechenden Experten haben, dass er Ihnen dann mit seiner Expertise die Wahrheit preisgibt. Der wichtigste Tipp in diesem Video und somit der fünfte Tipp ist, dass Sie beim Kauf von Münzen auf die Mehrwertsteuer achten. Sollte die Münze entsprechend mit Mehrwertsteuer belegt sein, handelt es sich hier nicht mehr um eine Münze, also um ein gesetzliches Zahlungsmittel, das steuerbefreit ist, sondern um eine Münze, die dann als Medaille geahndet wird. Eine Medaille ist es entweder dann, wenn es kein gesetzliches Zahlungsmittel in einem anerkannten Land ist, dafür gibt es eine Liste vom Bundesfinanzministerium, die das einmal im Jahr festlegt, die verlinken wir unter dem Video für diejenigen, die sich unsicher sind, ob das, was Sie besitzen, wirklich steuerbefreit ist. Im Regelfall erkennt man es im Online-Shop bei einem Händler wie bei uns, da kann man sich die Münzen dann ganz genau mit der Steuer ansehen. Sollten Sie aber eine Medaille gekauft haben, ist es wichtig, dann verlieren Sie beim Wiederverkauf die Steuer. Das bedeutet für Sie im schlimmsten Fall aktuell 16, im neuen Jahr 19% Mehrwertsteuer und es tut dann schon ganz schön weh. Drei kleine Bonustipps zum Ende. Achten Sie unbedingt darauf, die Münzen gerecht zu lagern, entsprechend in Münzkapseln oder entsprechend luftverschweißten Verpackungen. Nehmen Sie immer Münzhandschuhe zurate, das heißt, wenn Sie unsicher sein sollten und die Münzen nicht mit Fingern anfassen möchten, nehmen Sie Münzhandschuhe. Damit beschmutzen Sie die Münzen nicht und sollten Sie mal einen Fleck auf einer Münze sehen, beginnen Sie nicht mit einem Münzpoliertuch dran zu reiben, sondern fragen Sie einen Experten wie uns. Wir haben oftmals ein paar Tricks auf Lager, womit man eine Münze wieder entsprechend in den Ursprungszustand bekommt. Und teilen Sie gerne das Video, geben Sie uns einen Daumen hoch, abonnieren Sie den YouTube-Kanal und ich freue mich, Sie hier bald wiederzusehen. Tschüss.